Intro Yo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge HitDeadStunt Und oh mein Gott, die letzte Folge hat 3500 Likes Ich weiß nicht, wie er das immer hinkriegt Aber wir haben schon wieder den Rekord gebrochen an Likes, mal wieder Und heute dabei ist natürlich wieder unser lieber Freund Daniel Hallo Hi Daniel, na bist du ready, bist du ready, bist du ready Ja, ich bin ready für den first try Alles klar Und heute werden wir versuchen, hier an der Ecke da Von da ganz hinten, an die Ecke da dran hier zu bouncen Und dann auf dem Turm da ganz hinten zu landen Ja, alles klar Warum machst du denn nichts? Ich weiß immer nicht, was ich dann sagen soll Der Stunt ist möglich Ja, der Stunt ist möglich Natürlich ist er möglich Aber keine Ahnung, Alter Ja, egal, komm Wir fangen einfach an Ja, okay, okay Wir fangen einfach an Alles klar So, und ich würde sagen First try Oh 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 Ja, die Weite war okay Aber die Höhe Da muss auch ein ganz Level nicht justiert werden Dann, meine Freunde, würde ich sagen Das ist sogar echt möglich Perfect Das ist sogar echt möglich Also ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder so acht Jahre dafür brauchen Um den Stunt zu hitten Hoffe ich nämlich auch nicht Ich hoffe, es werden nur so fünf Jahre oder so Am Anfang von, wenn man so einen Stunt macht Hat man immer noch nicht so richtig das Gefühl Was ein guter Try ist Und was ein schlechter Hi Daniel, na? Und was ein schlechter Try ist Kennst du das? Am Anfang denkst du immer Jeder Try ist richtig gut Bis du dann enttäuscht wirst Es tut mir übrigens sehr leid Dass in letzter Zeit nur so wenig Videos kommen Beziehungsweise so unregelmäßig Aber das liegt halt eben daran Dass Hit that Stunt und Shit Happens Beziehungsweise auch Daniel Downsyndrom Falls es mal wieder kommen würde Das braucht halt einfach extrem viel Zeit Also wirklich so sechs bis acht Stunden Und manchmal muss ich das halt einfach einen Tag vorher produzieren Oder sogar am selben Tag Und dann ist halt einfach nicht so viel Zeit Noch für andere Formate Wie jetzt irgendwie Minecraft, PvP oder SG Aber Aber wenn ich meine neue Grafikkarte habe Dann habe ich mir vorgenommen Werde ich das ändern Dann wird auch viel mehr Viel mehr andere Sachen kommen Auch mal wieder Daniel Downsyndrom Oder auch mal wieder eine Runde SG Da könnt ihr auf jeden Fall auch gespannt sein Meine Freunde Und die Interessierten wissen Ich werde mir eine 89 Ti holen Ich weiß nicht ob es eine gute Entscheidung ist Könnt ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben Ja auf jeden Fall nice Kann ich nur zustimmen Ich bin nicht abgeb... Nein, ich bin an dieser Stange da Oh, und ich war so gut Daniel Ich lenke wie so ein... Nein, nein Oh, oh shit Nein Aber von der Höhe Nein Jungs, Alter Da kommt keiner drauf, Alter Dann ist das einfach nur Qual Nein Komm schon Ah Na Nein Oh Mann Hilden Riff Na 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 Ah Ah Oh shit, Mann Das ist aber wirklich ein Präzisions-Stunt, ey Ich habe gedacht, der wäre leichter Ja, ach nee So acht Stunden später Wir sitzen hier so Meine Haare sehen noch beschissener aus als jetzt Mein Controller ist einfach nass Ich kann da hier so Fische in meinem Controller drin züchten, so nah ist es der, du bist zu weit links Oh Oh Oh, ich wäre beinah, ich wäre beinah dieses, äh, diesen, diesen Kühlturm da hochgefahren Da rechts Da rechts Lass uns starten Ja, okay Oh Was denn, ein Feuerwerk Oh Oh Nein Was Oh 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 Und dann wurde ich einfach enttäuscht Jeder Stunt hat so einen eigenen Charakter, ne? Ja, entweder man liebt ihn, oder man hasst ihn Junge, diesen Kranstunt, ohne Witz Ist der größte Hurensohn Nein! Nein! Oh mein Gott! Backflip! Nein! Nein! Oh Mann! Ja, ich geh ganz schnell essen, ja? Nein! Nein! Fuck! Nein! Ich schwöre, das ist mein neuer Kran, ey! Oh Mann! Oh Mann! Nein! Scheiße! Nein! 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 Ich fahr drüber! Nein! Ohne Witz! Patsch! Ja, oh Mann! Oh! Nein! 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 Ich hab das gestreichelt! Sag doch einfach in der Luft aufsteigen und drauflanden! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was denn? Ich hab's geschafft! Nee, Alter! Verarsch mich nicht! Mich kriegst du nicht! Ich hab's geschafft! Ich hab'n Air-Grab geschafft! Ohne Witz, Alter! Meine Stirn ist... Oh, die ist so nass, Mann! Mein Rücken ist nass! Mein... Alles ist nass bei mir! Mein Controller, Alter! Da schwimmen Fische drauf! BTF, Mann! Ha? Ich hab, ähm... Wie bin ich grad runtergefallen? Ich... Ich... Pass mal auf! Ich hatte so... Ich hatte so, ähm... Irgendwie so Kleber an den Händen... Du kennst doch diese... Ich muss grad mein Outro machen, Alter! Ich hab grad den Stunt geschafft! Ich will nix über deinen scheiß Kleber hören! Chill! Ja, okay, komm, sag! Ich hatte halt so Kleber an den Händen, da hab ich so... Kennst du das, wenn du so Kleber rumreibst, dann wird das so schwarz? Ja! Ich hab so... Meine Händen die ganze Zeit so rumgerieben, bis es so mega heiß war! Und jetzt riechen meine Hände so verbrannt, Alter! Nice! So! Ich würd sagen, den Stunt haben wir erfolgreich gehittet! Mit nem Air Grab sogar! Oh shit, Alter! Das war echt... Das war echt, 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 echt schwer! Ich hatte wirklich Angst, dass meine Festplatte an Speicher ausläuft, weil ich irgendwie nur 3 Stunden Aufnahmen aufnehmen kann! Der Daniel war natürlich die Hälfte der Zeit nicht da, weil sein scheiß Internet nicht ging! Danke, Daniel, dafür! Ich hab's gegessen, danach ging mein Internet nicht! Genau, er hat gegessen, danach ging sein Internet nicht! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Jetzt kommt nochmal der Stunt mit richtig coolen Effekten! Und ich würd sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer weiteren Folge Hit that Stunt! Tschüss! 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 Tschüss!